So, wir starten rein mit einem Video von Funk, wie Nordkorea Sony gehackt hat. Das ist der Film, die... Es ist schon ein bisschen älter, vom 15.09. Ich hab's aber noch nicht gesehen, es wurde mir vorgeschlagen und ich fand, ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Video. Damit starten wir jetzt rein. Lehnt euch zurück und gönnt euch rein in die Olga. Interview aus dem Jahr 2014. Seth Rogen und James Franco spielen in der Komödie zwei Journalisten, die Kim Jong-un, den obersten Führer Nordkoreas, um die Ecke bringen sollen. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Grund, warum Sony Pictures, eines der größten Filmstudios der Welt, gehackt wurde. Und zwar vom nordkoreanischen Geheimdienst. Halt's Maul. Wird's for real? Sony Pictures Hack ist einerseits ein Fünf-Sterne-Hollywood-Drama mit peinlichen E-Mail-Verläufen zwischen den mächtigsten Menschen der Industrie. In one, Rudin kallt Angelina Jolie a spoiled brat, who he has no desire to make a movie with. Dazu kommen gelegte Filme, Mitarbeiterdaten und gewaltige finanzielle Schäden. Several Blockbuster-Movies ended up online, most of them before they've even hit theaters. Der Hack wirft andererseits aber auch große politische Fragen über Zensur auf und Haben die wirklich gemacht? Geil. Die Motherfucker. Also was heißt geil, aber abgefuckt, aber auch irgendwie crazy und geil. Was digitale Kriegsführung eigentlich genau ausmacht. We cannot have a society in which some dictator some place can start imposing censorship here in the United States. Nicht zuletzt liefert der Angriff faszinierende Einblicke in die Arbeitsweise nordkoreanischer Hacker. Oh, hört sich sehr interessant an. Sehr interessant. The Interview ist Nordkorea früh ein Dorn. Kennt einer den Film? Ich kenn den Film nicht. Ich kenn den nicht. Im Auge. Bereits im Juni 2014 beschwert sich das Land bei den Vereinten Nationen. Die USA würden dadurch, dass sie die Produktion des Filmes erlauben, zu Terrorismus aufrufen. Jo, bei einem Film, Digga. Wie kann man so einen Stock im Ohrschlüssel haben? Sei eine kriegerische Handlung. Immerhin, immerhin war ich da. Das Land droht mit entschlossener und gnadenloser Vergeltung, sollte der Film dennoch veröffentlicht werden. So richtig beunruhigt das niemanden. Der Film soll wie geplant an Weihnachten desselben Jahres in die Kinos kommen. Bei Sony Pictures diskutiert man intern allerdings schon, wie überzogen und brutal leitende Figuren des nordkoreanischen Regimes auf der Leinwand sterben. Das ist halt ein Film, Digga. Das ist halt ein Film. Und da sagen, es ist zu brutal, es ist zu provokant und sonst was. Bruder, also wenn du sowas nichtmals mehr machen kannst, dann frage ich mich wirklich, was für einer Zeit leben wir eigentlich, dass man wegen sowas rumheult, dass man wegen sowas so den Schwanz im Arsch hat. Denn die Muttergesellschaft hinter dem Filmstudio stammt aus Japan. Und dort betrachtet man Nordkorea allein aufgrund der geografischen Nähe als reales Sicherheitsrisiko. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, wie ernst es Nordkorea wirklich ist. Irgendwann in den kommenden Monaten verschaffen sich nordkoreanische Hacker unbemerkt Zugang zum Netzwerk von Sony Pictures. Wahrscheinlich senden sie Mitarbeitern E-Mails mit dubiosen Links oder Anhängen und schaffen es so, in die ersten Computer einzudringen. Die Hacker spionieren Sonys Netzwerk über Monate hinweg aus. Sie finden zahllose Passwörter, teils ohne Witz, Sony Pictures, klein und zusammen. Sie schauen sich auch an, welche Software intern genutzt wird, welcher E-Mail-Service und wo wertvolle Dateien wie Mitarbeiterinformationen oder Filme aufbewahrt werden. Sie lassen sich Zeit und planen alles sorgfältig. Währenddessen rückt die Veröffentlichung des Films immer näher. Hey, stellt euch mal vor, ne? Du sagst es, Pascal. Stellt euch mal vor, die Deutschen würden so einen Stress schieben wegen den ganzen Filmen, wo Nazis und sowas drin sind. Dann, als die Mitarbeiter von Sony Pictures am Montag, den 24. November 2014 ins Büro kommen, sehen sie nur diese Nachricht auf ihren Bildschirmen. Sie seien von einer Gruppe gehackt worden, die sich Guardians of Peace nennt. Die Wächter des Friedens behaupten, sie hätten alle Daten und Geheimnisse des Unternehmens gestohlen. Nun drohen sie Sony mit Veröffentlichungen, sollte das Unternehmen ihren Forderungen nicht nachkommen. So gut wie alle PCs und Server von Sony Pictures wurden von einer speziell dafür programmierten Schadsoftware gewiped. Das heißt, alle Daten auf den Computern wurden vollständig gelöscht. Die digitale Infrastruktur des Filmstudios existiert quasi nicht mehr. Digga, das Internet hat so eine Macht, das ist so krass. Mitarbeiter müssen auf Whiteboards arbeiten. Das Management-Team kriegt alte Blackberries aus dem Keller. Niemand ist sich zu diesem Zeitpunkt sicher, wie viele Dokumente und Dateien die Hacker wirklich erbeutet haben. Dann starten die Leaks. Es beginnt mit fünf Filmen. Vier davon waren noch nicht mal im Kino. Eine Woche nach der Nachricht auf den Bildschirmen veröffentlichen die Hacker die Gehälter der Geschäftsführung. Darauf folgen Scans der Reisepässe bekannter Schauspieler, Filmbudgets und Sozialversicherungsnummern von Mitarbeitern. Innerhalb von Sony breitet sich Panik aus. Oh my God! Okay, it's happening! Stay f***ing car! In den Medien wird bereits seit Tagen spekuliert, dass möglicherweise Nordkorea hinter dem Angriff stecken könnte. Der Staat bestreitet natürlich jegliche Beteiligung, nennt den Hack aber eine gerechte Tat. James Franco und Seth Rogen lassen sich derweil nicht einschüchtern. Die Guardians of Peace fordern jetzt ganz explizit, dass The Interview nicht veröffentlicht werden soll. Der Film wird als terroristisch bezeichnet. Als nächstes veröffentlichen die Hacker alle E-Mails der Sony Pictures Co-Vorstandschefin Amy Pascal. Das Filmstudio steht endgültig in Flammen. This is fine. In einer E-Mail in Pascal bezeichnet Produzent Scott Rudin Angelina Jolie als verwöhntes, kaum talentiertes Kind. Ein weiterer Nachrichtenverlauf der beiden enthält rassistische Witze über Barack Obamas... Würde er gerne ein paar Filme finden, die es nicht schweiften, soll ich ihn fragen, ob er Django mochte? Alter, bei der Butler denkt man, oh mein Gott! Filmgeschmack. Fast jeder in der Sony Pictures Chefetage wird in den folgenden Wochen und Monaten seinen oder ihren Job verlieren. Gut, das ist halt auch... Das ist sowas zu veröffentlichen, finde ich absolut okay. Aber was heißt okay, ist natürlich trotzdem ein Hack, aber dass man die dann entlässt und sowas, dass sie ihren Job verlieren, well done. Sage ich dir, wie es ist. Dann kommt der 16. Dezember. Der geplante Kinostart von The Interview steht kurz bevor. Journalisten bekommen eine E-Mail von den Guardians of Peace, in der sie explizit mit Terrorangriffen auf Kinos drohen, sollten diese den Film zeigen. Alter! Wenn nur die Drohungen vom FBI als haltlos eingestuft werden, entscheiden sich die großen amerikanischen Kinoketten, den Film nicht ins Programm aufzunehmen. Alter! Sony sagt den Kinostart der Komödie dann vollends ab. Gleichzeitig beschuldigt die amerikanische Regierung, Nordkorea nun ganz offiziell hinter dem Angriff zu stecken. Niemand weiß zu dem Zeitpunkt, warum sie sich so schnell so sicher sind. So oder so. Plötzlich kriegt das ganze Hollywood-Drama eine äußerst ernste politische Dimension. Aber kriegt das so alles nicht noch mehr Aufmerksamkeit? Stellt euch mal den Plot-Twist vor, das ist alles inszeniert von Amerika, um Nordkorea einfach mal fett eins auszuwischen und schlecht dastehen zu lassen. Ist ja auch nicht auszuschließen, sage ich euch, wie es ist. Es geht um Zensur, darum einen Diktator nicht gewinnen zu lassen. Obama äußert sich. Er verspricht Vergeltung und bezeichnet das Absagen des Kinostarts als Fehler. Schließlich wird der Film doch in einzelnen Kinos und online veröffentlicht. Puh. Treten wir mal einen Schritt zurück. Alter. Okay, Nordkorea hat Sony Pictures gehackt. Aber wer genau? Wie funktioniert sowas? Nordkorea ist doch berühmt dafür, kaum Internet und Computer zu haben. Zoomen wir raus aus Hollywood und schauen ans andere Ende der Welt. Nach Dalian in China. Kurz nach dem Hack ist ein Dokument der NSA gelegt, das erklärt, warum die USA Nordkorea so schnell beschuldigen konnten. Der amerikanische Geheimdienst hat die nordkoreanische Hacking- und Cyberinfrastruktur über Jahre hinweg ausspioniert. Es spielen hier doch jeder jeden irgendwo aus, das ist auch zu krass. Jeder weiß über jeden sonst welche Informationen. Es ist nicht sicher eigentlich im Internet, wenn die Leute wirklich, also bei spezifischen Sachen, die Leute, die wirklich genau wissen, was geht um sonst was. Und Geheimdienst hier, Geheimdienst da. Das ist so krass. Schon lange vor dem Sony Pictures Hack. So konnte man den Angriff schnell zuordnen. Jahre später hat das amerikanische Justizministerium außerdem mehrere Anklageschriften veröffentlicht, die lange unter Verschluss gehalten wurden. Das FBI hat auf der Basis der NSA-Spionage diese drei Nordkoreaner als Täter identifiziert. Laut der Behörde habe Park jahrelang für das Unternehmen Shosun Expo Joint Venture in Dalian in China gearbeitet. Das Unternehmen sei eine Tarnung für das Lab110, ein Teil des nordkoreanischen Geheimdienstes. Vermutlich konnten Park und seine Kollegen ihre Spuren im chinesischen Internet leichter verwischen. Nach erfolgreichen Missionen kehren die Hacker laut einigen Berichten dann anscheinend zurück in die sichere Heimat. Alle drei Täter im Fall des Angriffes auf Sony Pictures seien laut dem FBI Teil der sogenannten Lazarus-Gruppe. So wird ein besonders berüchtigtes Kollektiv von Hackern genannt, das augenscheinlich Teil des nordkoreanischen Militärs ist. Das FBI ordnet dieser Gruppe und den drei Tätern zahlreiche weitere Verbrechen zu. Dazu gehören digitale Banküberfälle im ganz großen Stil, der Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von Millionen von Euro und Erpressung mit Ransomware. Dabei werden Computer durch Schadsoftware verschlüsselt und so lange unbrauchbar gemacht, bis ein Lösegeld gezahlt wird. So ist der gewaltige Sony Pictures Hack nur ein Bruchteil der Verbrechen, die diese Hacker mutmaßlich begangen haben. Krass! Wie reagiert man, wenn Nordkorea ein Filmstudio hackt? Das Land hat kaum digitale Infrastruktur und in dieser Hinsicht deutlich weniger zu verlieren. Digitale Kriegsführung geschieht oft im Geheimen. Es gibt kaum Regeln. Gleichzeitig wird diese Art von Schlagabtausch immer wichtiger und omnipräsenter, je digitaler unsere Gesellschaft wird. Und wenn grausame Diktatoren keine Komödien über sich mögen, brauchen Filmstudios nun mal bessere Passwörter. Und vorsichtige Mitarbeiter. Cheers! Poah! Poah! Banger-Video! Wow! Hey, hoffentlich hat euch die... Krass! Krass, 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 Digga.